Blow a kiss, fire a gun, no we need someone to lean on. Blow a kiss, fire a gun, no we need someone to lean on. Blow a kiss, fire a gun, no we need someone to lean on. Blow a kiss, fire a gun, no we need someone to lean on. Hallihallo meine Damen und willkommen zu einem neuen Video. Heute zu meinem Monatsrückblick Februar. Wir haben den 1. März und ich drehe euch heute meinen Monatsrückblick ab. Ich habe auf diesem Monat 9 Bücher gelesen, was ein absoluter Rekord bei mir ist. Also es ist mein Rekordmonat, denn ich habe noch nie 9 Bücher in einem Monat gelesen. Bis jetzt habe ich immer nur 8 Bücher geschafft. Nächsten Monat möchte ich die 10 unbedingt mal knacken, denn ich habe ja wirklich genug Zeit dafür. Und das ist es nämlich auch. Ich nutze meine Zeit, die ich habe, jetzt viel mehr, um zu lesen. Was man auch irgendwie gemerkt hat, finde ich. Von den Seitenzahlen her waren das insgesamt 3.240 Seiten, was 112 Seiten pro Tag waren. Ich hatte 7 Neuzugänge. Mein Zug beträgt somit immer noch 47 Bücher. Hat der letzten Monat zwar auch schon was, also somit gar nicht sein kann. Irgendwie habe ich dann letzten Monat mal wieder ein Buch ausgelassen, mal wieder eins dazu gezählt oder... Keine Ahnung, aber so circa sind es halt 47 bis 50 Bücher. Also mehr eigentlich nicht. Wahrscheinlich eher weniger als 47. Und ja, am Ende gibt es noch eine kleine Überraschung. Also bleibt vielleicht dran, wenn es euch interessiert. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich an. Das erste Buch, was ich noch aus dem Monat Januar mitgenommen habe, ist Darkest Powers Schattenstunde von Kelly Armstrong aus dem Knauer Verlag. Und zwar geht es hier um Chloe. Chloe ist ein ganz normales 16-jähriges Mädchen, bis sie auf einmal eines Tages in der Schule einen Geist sieht. Daraufhin bekommt Chloe natürlich einen vollen Schreck und dreht ein bisschen durch, wenn man das so sagen kann. Und attackiert ihre Lehrer, weil sie unbedingt von dem Geist weg möchte. Daraufhin kommt Chloe in ein Heim für auffällige Jugendliche, wo sie aber nach einiger Zeit, also schon schnell merkt, dass die anderen Jugendlichen auch nicht so normal sind, wie sie scheinen. Alle haben irgendwelche Fähigkeiten, die sie eigentlich nicht haben sollen. Und ja, irgendwann verschwindet dann eine ihrer Freundinnen aus Lyle House. So heißt nämlich das Heim, habe ich schon gesagt, ich glaube nicht. Und Chloe findet ein merkwürdiges Rätsel, dem sie nachgeht. Und das hätte sie lieber nicht getan, denn plötzlich schweben sie in Lebensgefahr. Und ja, es erinnert mich ein wenig, ein ganz, ganz kleines wenig mit der Lebensgefahr und so. Und der, was am Ende, wer das Buch gelesen hat, weiß ja, was passiert und was irritante vom Beruf ist. Ein wenig hat es mich erinnert, also nicht, dass es abgekupfert wird, die Geschichte oder die Charaktere. Ich musste einfach nur ab und zu an Shadowfalls Camp denken, an irgendein Band, wo auch sowas ähnliches vorkam. Und das fand ich dann irgendwie ein bisschen amüsant, halt cool. Und ja, von mir hat das Buch 4 von 5 Sternen bekommen. Hatte 406 Seiten. Es sollten Science-Fiction-Elemente darin sein, hat mir Amazon zumindest gesagt. Aber irgendwie, ich habe noch nie ein Science-Fiction-Buch gelesen, weshalb ich das gar nicht beurteilen kann. Aber ich würde sagen, es waren keine drin. Also mir kam es zumindest mal nicht so vor. Und ja, mehr möchte ich euch auch gar nicht dazu sagen, weil das Buch ist ja nicht wirklich dick. Also 406 Seiten, also schon ein bisschen was. Aber man sollte es doch selber entdecken. Und ich war auch, ich wusste ja auch nichts von der Geschichte und war dennoch sehr positiv überrascht. Als nächstes habe ich dann ein Buch gelesen, was ich seit November mir herumtrage. Und zwar ist es Winterwassertief von Lilly Lindner. Hatte 356 Seiten und ist ja eine Autobiografie. Würde ich es bewerten, hätte es natürlich volle 5 Sterne bekommen. Aber wie gesagt, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, im ersten Band bewerte ich keine Bücher, die auf einer Lebensgeschichte basieren. Von jemandem, der ich ja nicht das Recht habe, ein Leben zu bewerten. Und ja, hier geht es um Lilly und ihre Freunde weiter. Was heißt Freunde? Also Chase und, ich sage Chase, gell? Und ihre beste Freundin eben. Man erfährt wieder viel aus ihrem Leben, wie sie zusammen Zeit verbringen, was sie alleine durchsteht. Und man kann eigentlich gar nicht viel zu der Geschichte sagen, da man das selber entdecken sollte. Es sind natürlich wieder viele erschreckende Szenen und Darstellungen geschildert und Gedankengänge hervorgebracht, die einen wirklich innehalten lassen und einen nachdenken lassen. Und das finde ich das Schönste an diesem Buch. Es greift ein. Es greift richtig zu und packt ein. Und mich schüttelt es immer so ein wenig wach. Und spricht einem natürlich, also mir zumindest, viel Mut zu. Ich denke, es gibt genug Leute, die diese Bücher lesen würden, die vielleicht ähnliche Probleme haben, die das mehr runterziehen würde, als denen es helfen würde. Da, also meiner Meinung nach, ich glaube es auch schlimm ist, so etwas zu lesen, wenn man es selbst erfahren hat. Vielleicht hilft es aber auch. Das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber ich kann euch diese Bücher wirklich sehr empfehlen. Falls ihr nicht anfällig seid für sowas und euch das nicht runterzieht, dann lest es auf jeden Fall. Ich finde, es ist jeden Cent, jedes Wort, jede Seite wert gelesen zu werden. Und, ja, ich weiß wirklich nicht, was ich hier schreibe. Zum Beispiel, Fokus Online, ein ungeheuerliches Buch. Und, ach, ich finde es klasse. Ich fand es klasse, ich finde es klasse. Ich werde es auch immer klasse finden. Und die nächsten Bücher von ihr werde ich mir natürlich auch holen. Ja, ich kann euch mehr gar nicht sagen, als dass es mich total umgehauen hat. Und es ist auch wirklich groß geschrieben. Es ging wirklich ratzfatz. Ich hatte es dann innerhalb, keine Ahnung, in anderthalb Stunden wirklich ausgelesen. Weil erstens ist es, es saugt es an einem. Es lässt einen mehr raus. Und es sind viele Seiten, wo immer nur ein paar Wörter stehen oder so. Und, ja, aber das sind schon genug Wörter. Ein Wort von Lilly Lindner sind für mich tausend Wörter von einem anderen Autor. Also wirklich klasse. So, danach habe ich ein Buch gelesen, was auf meiner Lovely Books Reading Challenge Liste steht. Ach so, übrigens habe ich Darkest Powers für die 2016 Challenge genommen. Weil, also 2016 das Wort ausgeschrieben. Für den Buchstaben E habe ich nämlich Edelstein genommen. Also das habe ich für die Challenge verwendet. Und, äh, Bienenstern stand auf meiner Lovely Books Lese Challenge. Die für mich ausgesuchten Bücher. Also konnte ich das jetzt abhaken. Ja, Bienenstern von Lisa O'Donnell. Hatte 318 Seiten und hat von mir volle 5 Sterne bekommen. Ich habe selten ein so humorvolles, ab und zu humorvolles, tiefsinniges und interessantes, überwältigendes Buch gelesen. Es geht hier wirklich um alles. Um Familie, um Vertrauen, um Freundschaft, um füreinander da sein. Um eigentlich echt alles. Und zwar geht es ihr um, ähm, wie meint das mit den Namen, ne? Nelly und, ich weiß gerade nicht, wie ihre kleine Schwester heißt, äh, ihre große Schwester heißt, Marnie, genau. Hier geht es um Nelly und Marnie, die ihre Eltern nach einem etwas tragischen Unfall, oder auch nicht Unfall, lest es selber, an Heiligabend in ihrem Garten vergraben müssen, da sie beide nicht ins Heim wollen. Ihre Eltern sind also tot. So, somit beginnt für Nelly und Marnie, die zwei unterschiedlichere Geschwister gar nicht sein könnten, eine schlimme Zeit. Denn sie müssen die Geheimnisse, also dieses große Geheimnis und auch andere Geheimnisse für sich behalten, können sich eigentlich niemandem anvertrauen und müssen somit alles allein bewältigen. Marnie ist 15 Jahre alt geworden. An ihrem Geburtstag muss sie nämlich eher, also hinten steht drauf, heute habe ich Geburtstag, heute werde ich 15, heute habe ich meine Eltern im Garten begraben. Und wer kann sich nichts Schlimmeres vorstellen? Ihre kleine Schwester Nelly hingegen ist, äh, komplett anders als Marnie. Sie ist so, ähm, eine Prinzessin kann man nicht sagen. Ein bisschen gehobenerer, gehobenerer als Marnie, die eher die Rebellin ist in der Familie. Mehr möchte ich auch eigentlich nicht dazu sagen. Es ist sehr überraschend, dieses Buch zu lesen, ohne zu wissen, um was es darum ging. Wenn ihr aber eine spoilerfreie Rezi haben wollt, könnt ihr gerne nachschauen. Ich verlinke sie euch in der Infobox. Ich habe nämlich darüber eine Videorezension gedreht. War ein klasse Buch. Mir hat die, Autorin hat mir alles gegeben. Wie gesagt, schon alles, was drin war, dann die Charaktere, waren einzigartig ausgearbeitet. Mir kam es vor, als würde ich gerade eher dabei stehen und diese Familie beobachten. Also, dass das gerade wirklich passiert, anstatt dass es nur eine Geschichte ist, die erfunden wurde. Ja, so kam es mir vor. Das vierte Buch war dann der letzte Teil einer wundervollen Trilogie, die leider nicht mehr fortgesetzt wird. Also, hatte nie vor, sie vorzusetzen. Und zwar geht es um Kerstin Geers Müttermafia-Trilogie. Gegensätze ziehen sich aus, aus dem Bastei-Lübbel-Verlag. Hat von mir natürlich fünf Sterne bekommen. Wie soll es auch anders sein? Hatte 328 Seiten. Ich bin traurig. Ich bin wirklich traurig, dass es vorbei ist. Ich habe diese Trilogie geliebt. Und einfach so ins Herz geschlossen. Hier geht es wieder um Constanze, ihre ganzen Freundinnen und generell ihre Familie. Es ist wieder voller Humor. An erster Stelle kommt immer der Humor. Dann die Freundschaft. Dann das Vertrauen. Und die Liebe. Und alles ist hier drin. Also wirklich, das ist das Komplettpaket. Und in diesem Band, das spoilert nicht die vorherigen Wände, geht es darum, dass die Müttermafia einen Schulladen eröffnen will in ihrer Siedlung. Und ja, es ist wieder sehr witzig. Es passieren auch wieder ein paar Sachen, wo man drüber nachdenken kann. Oder auch generell, ich denke da immer dann drüber nach. Drüber nachdenken muss oder kann, wie auch immer. Die einen auch zum Nachdenken anregen. Also ein paar, ja, eigentlich eine Moral mit auf den Weg geben dann. Und ach, es ist einfach herrlich. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles sagen soll. Sonst kann ich auch gar nichts erzählen. Sonst würde ich es wirklich spoilern. Aber ja, es war wieder sehr amüsant. Leider das dünnste Buch, glaube ich, aus der Reihe. Und ja. Ich werde mir auf jeden Fall, da ich jetzt gerade kein einziges Buch mehr da habe, was ich vom Casting-G noch lesen könnte, demnächst mal eine Bestellung aufsetzen, den es Casting-Gieres Büchern dann an den Kragen geht, da ich unbedingt wieder Bücher von ihr brauche. Denn ich habe auch wieder Lust, welche von ihr zu lesen. Das sind nämlich so Bücher, wenn man irgendwas hat, es geht einem schlecht oder man hat mal einen schlechten Tag. Und dann liest man in diesem Buch. Und bei mir ist das zumindest so ruckzuck. Geht's mir besser. Und ja. Das habe ich dann gelesen. Danach kam dann ein etwas dickeres Buch. Und zwar Im Tal des Fuchses von Charlotte Link. Hatte 575 Seiten und hat drei Sterne von mir bekommen. Hier geht es um Vanessa, die mit ihrem Mann von einem Ausflug, der nicht so erfreulich war, nach Hause kommt. Und sie machen kurz an einer Raststätte, kurz vor ihrer Heimatstadt halt, um mit dem Hund Gassi zu gehen. Da Vanessa und ihr Mann sich gerade im Streit befinden, möchte Vanessa nicht mit Gassi gehen und bleibt somit am Wagen stehen und wartet halt. Während ihr Mann eine kurze Runde mit dem Hund geht. Natürlich ist dieses Tal, in dem sie angehalten haben, riesengroß und man verliert sich nach kürzester Zeit schon aus den Augen. Während Vanessa im Auto wartet, passiert ihr leider ein schreckliches Schicksal, denn sie wird entführt. Sie wird entführt von einem Mann, der dringend Geld nötig hat, also dringend Geld braucht und eine Lösegeldförderung stellen möchte. Er zerrt sie in eine Höhle, die er schon genauestens vorbereitet hat, und zwar mit einer Kiste mit Essen, Trinken und einer Taschenlampe. Dort spät er Vanessa ein und kommt einen Tag später, oder am selben Tag, wegen einem anderen Vergehen ins Gefängnis. Und niemand weiß, dass Vanessa in dieser Höhle ist. Ja, und so geht die Geschichte los. Lebt Vanessa noch? Lebt sie nicht? Denn als dieser Mann aus dem Gefängnis kommt, passieren sehr viele komische Dinge in seinem Umfeld. Und nun fragt er sich, ist es Vanessa? Ist es jemand anderes, zum Beispiel der, der ein ganzes Geld haben will? Und ja, dieses Buch hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Es gibt dazu eine Rezension, die ich die Tage hochladen werde. Da könnt ihr mal vorbeischauen, wenn euch meine Meinung näher interessiert. Im Grunde hat mir einfach nur gefehlt, dass die Sicht aus Vanessa, während sie in dieser Kiste eingesperrt ist, komplett gefehlt hat. Also das kam in diesem Buch nicht vor. Es ging eher um alle anderen Charaktere. Aber trotzdem hat es mir Spaß gemacht, es zu lesen. Charlotte Link hat einen außergewöhnlichen Schreibstil. Und vor allem kann sie sehr gut Charaktere erfinden, erstellen, sodass man gar nicht merkt, dass es sie wirklich, also nicht wirklich gibt. Sowas mag ich ja immer am meisten an Büchern, ja. Und was mir am besten gefallen hat, es war nicht hervorhersehbar. Was ja sehr schwer ist, meiner Meinung nach, also ein Buch zu schreiben, was nicht so vorhersehbar ist. Obwohl mich es schon stört, wenn ich jetzt ein Buch lese und nach den ersten 10 Seiten weiß, wie es endet. Dann finde selbst ich das nicht mehr toll. Aber hier hat man wirklich gar nichts gewusst. Großes Lob, fand ich klasse. Ja, wie gesagt, 3 Sterne. Dann habe ich ein Buch gelesen, was der komplette Reinfall war. Und zwar, viele werden mich dafür hassen, aber was soll ich... Ah, nee, das kommt noch gar nicht, okay. Ich habe ein Buch... Ah, doch, natürlich kommt es jetzt, ja. Bin ich verrutscht. Kings and Fools, verdammtes Königreich Nummer 1 von Natalie Matt und Silas Mattes aus dem Oettinger 34 Verlag. Ja, was soll ich sagen? Ich erzähle euch erstmal, um was es geht. Ich hatte nämlich schon wieder seinen Namen vergessen. Lukas heißt er, glaube ich. Lukas? Ja, Lukas. Lukas wohnt mit seinem Vater und seinem Bruder in einer Hütte. Sie sind nämlich Kräutersammler. Ihr müsst... Ich zeige euch das mal so kurz. Es gibt verschiedene, äh, na wisst schon, Gebiete. Zum Beispiel hier Köhler, Holzfäller, Jäger, Fischer, Bauern, ja, Mienarbeiter und sie sind halt die Kräutersammler. Und dann gibt es noch nämlich das, äh, die Schwarzgewändler, ja. Und diese Schwarzgewändler kommen und sprühen leuchtend rote Farbe an die Hütten Tövers. Das heißt, dass sie ein Kind aus der Familie mitnehmen. Oder so. Ja. Um Mitternacht kommen sie dann und holen sich jemanden. Und Lukas muss gehen und geht mit ihnen und kommt in ein Internat, in dem er ausgebildet werden soll. Als was erfährt man in diesem Band noch nicht. Ich will es auch nicht verraten. Äh, und... Ja. Mehr will ich auch gar nicht sagen. Ähm, ja, also in dem Internat, äh, wird, wer, wird, gibt es halt Unterricht wie, ähm, Schwertkampf. Und... Lesen und Schreiben lernen, da, dass die Leute ja hier gar nicht können. Und... Ich fand die ganze Atmosphäre überhaupt nicht glaubwürdig. Ich kann euch nicht sagen, warum. Wenn ich ein Buch schreibe, das so dunkel und düster ist, wünsche ich mir auch ab und zu, dass mal ein bisschen Wärme gezeigt wird, was in diesem Buch oft von vorne bis hinten nicht existiert hat. Es war einfach nur kalt. Ich habe gelesen und hab gefroren, weil es halt auch Unter der Erde spielt. Und... Also so war die Atmosphäre schon in Ordnung geschrieben. Deswegen hat es auch zwei Sterne bekommen. Man kann nicht sagen, dass es nicht gut beschrieben worden wäre. Oder nicht... Also gut erklärt gut, darüber könnte man nicht streiten. Aber mir war es halt einfach viel, viel, viel zu düster und zu kalt. Und ich finde, in solchen Büchern muss auch ab und zu mal ein kleiner Funke da sein, der einen animiert, überhaupt so etwas weiterzulesen. Und da mich sowas eben nicht packt, wenn ich merke, ja gut, das ist eigentlich eine depressive Stimmung, die da dauerhaft herrscht. Und es gab kaum Geschehen, es gab keine Action. Und ja, was soll ich sagen? Es ist nicht böse gemeint, aber für mich hat es so gewirkt, als würden die Autoren ihr erstes Buch schreiben. Und... Also es war noch kein hervorragender Schreibstil. Vor allem kam es mir so vor, als hätten sie die ganze Zeit abwechselnd geschrieben. Was es mir unglaublich schwer gemacht hat, dieses Buch zu lesen. Da auf einmal ein Schreibstil von einem etwas älteren Jungen war und dann mal wieder von einem etwas jüngeren Jungen. Und das mich einfach mega genervt hat. Hatte auch nur 197 Seiten, ging also. Und ja... Ich war einfach nur enttäuscht und genervt. Das nächste Buch ist von Anna Kettmoor. Und zwar war das ein E-Book. Ich blende es euch ein. Herzklopfen in Nimmerland, der erste Band. Hat von mir volle fünf Stellen bekommen. Und hatte 404 Seiten. Ja. Dieses Buch ist eine Peter Pan, also Nimmerland-Adaption. Und zwar eine sehr, sehr gute. Eine traumhaft, märchenhafte, schöne, wundervolle, leichte... ...Lektüre. Und zwar geht es da um ein Mädchen, das mit ihren zwei kleinen Schwestern und ihrer Eltern in einer Villa wohnt. Und sie sind also ziemlich reich. 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 Und äh... Sie muss immer Wochenende, wenn ihre Eltern auf Galaabend oder irgendwo anders dahin gehen, auf ihre Schwestern aufpassen. Und da passiert es an einem Abend, dass sie von ihrem Balkon aus an... Also, ihr Pullover ist durch einen Unfall auf einem Baum gelandet. Und sie lehnt sich über die Brüstung und möchte ihn wieder runterholen und fällt aber deshalb, deswegen, vom Balkon. Sie schlägt aber nicht auf, äh, aus sehr hoher Höhe, sondern erwacht im Nimmerland, wo es ziemlich kurios vorgeht. Sie weiß in dem Moment auch gar nicht, was Nimmerland überhaupt ist. Ähm, und ja, dort geht es ziemlich anders zu, als im richtigen Nimmerland. Mehr möchte ich auch nicht verraten. Ich habe auch vorher nichts gewusst. Ich habe das Buch lediglich bei Wattelina Likes gesehen, die diese beiden Bücher... Es gibt nämlich noch einen zweiten Teil, und zwar heißt der, die Rache des Paaren, ähm, vorgestellt hat. Und da habe ich mir nur, habe ich mir halt nicht so angehört, um was es geht, sondern nur, dass es ihr sehr gut halt gefallen hat. Und ja, äh, mehr möchte ich auch nicht sagen. Lasst euch bitte vollkommen überraschen. Die Autorin hat aber, sonst hätte es keine Sterne bekommen, die Charaktere, die Geschichte, die Idee, das ganze Setting und vor allem die Atmosphäre perfekt ausgearbeitet. Man merkt richtig die leidenschaftliche Mühe, die dahinter gesteckt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, wenn ihr schon mal im Hochsommer an einem Strand wart oder irgendwo anders am Meer und ihr abends, also wirklich abends so in der Dämmerung, so 18 Uhr, wenn die Sonne halt gerade untergeht, ähm, 18, 19 Uhr so, da sitzt und dieses Gefühl halt, vielleicht wisst ihr ja gerade, was ich meine, so habe ich mich dauerhaft beim Lesen gefühlt. Wirklich total wundervolle Atmosphäre. Der zweite Teil werde ich auf jeden Fall demnächst lesen. Ja, soviel dazu. Danach habe ich gelesen, äh, das habe ich noch hier stehen, Black Rabbit Hall von Eve Chase. Ich weiß, das sieht ein bisschen ramponiert aus, das kam leider so an, ähm, kann der Verlag aber nichts dafür. War ein bisschen eingequetscht in dem Buchkarton, weil wir haben so eine tolle Postbotin, die legt die Päckchen einfach immer auf die Treppe, anstatt sie, äh, anstatt zu klingeln und zu, ähm, und sie zu übergeben. Legt sie sie einfach immer auf die Treppe, egal, bei Schnee, Regen, egal. Ja, und da ist wahrscheinlich beim Transport das einfach ein bisschen kaputt gegangen, schade. Ich finde die Aufmachung ziemlich cool, ich zeige euch das mal. Das ist nämlich so durchsichtig und das Buch sieht dann so aus und es fühlt sich so weich an, ist voll cool. Ja, darf ich leider jetzt nichts dazu sagen, außer es hat fünf Sterne von mir bekommen, hatte 411 Seiten und ist, äh, ja, ein historischer Roman, der auch in der Gegenwart spielt. Die Rezension kommt am 08.03. online, falls sie euch interessiert, könnt ihr ja mal reinschauen. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, richtig tolles Buch. Äh, und dann zum letzten Buch in diesem Moment, das werde ich nicht runterholen. Ihr seht es hier, und zwar ist es von Dranka Rowling, Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich werde euch die Illustrationen eh nicht zeigen, da das, glaube ich, nicht erlaubt ist. Ähm, ja, ich möchte es jetzt nicht runterholen, weil ich habe es gerade zum Stehen bekommen. Boah, meine Katze schmeißt mich alle fünf Sekunden runter und jetzt habe ich es perfekt hingestellt, sodass es nicht mehr fallen kann, hoffentlich. Was soll ich sagen, ich liebe Harry Potter schon mein ganzes Leben lang. Äh, deswegen habe ich auch angefangen zu lesen. Und ja, die illustrierte Ausgabe war einfach wunderschön. Ich habe es so gemacht mit meinem Freund, dass ich immer abends halt, haben wir ein paar Kapitel laut vorgelesen und ja, haben uns dazu halt die Bilder angeguckt. War richtig schön. Hat von mir natürlich auch fünf Sterne gekriegt. Hatte 245 Seiten und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich denke, jeder kennt Harry Potter. So, nun habe ich ja gesagt, dass es, ähm, noch eine kleine Überraschung gibt. Und zwar habe ich diesen Monat Bücher ausgemistet. Nein, ich habe kein Unhaul Video gedreht, weil, keine Ahnung, hatte ich einfach keine Lust und es waren eh Bücher, die ich glaube schon 5000 Mal gefühlt in die Kamera gehalten habe und ja. Aber zwei Bücher habe ich hier, ähm, die wollte ich nicht verkaufen. Da habe ich mir gedacht, komm, verlose die doch einfach und das werde ich jetzt tun. Es gibt nämlich jetzt noch ein kleines Gewinnspiel. Und zwar einmal ein Buch, das ihr eben schon gesehen habt. Und zwar Kings and Fools, ähm, verdammtes Königreich. Ähm, ja. Wie gesagt, ich habe ja eben schon gesagt, um was es da geht. Ähm, ich lese einfach mal kurz vor. Leuchtend rote Farbe an der Hüttentür. Das Symbol der verhüllten Männer. Um Mitternacht werden sie Lucas holen. Wer sie sind und wohin sie ihn bringen, weiß niemand. Nur, dass noch nie jemand zurückgekommen ist, um davon zu berichten. Ja, falls euch dieses Buch interessiert, äh, ich sage gleich mehr dazu. Ich zeige euch noch schnell das andere Buch. Und zwar ist es von Colleen Hoover, Hope Forever. Ähm, ist auch in einem sehr guten Zustand. Hat keine Leserille, überhaupt nichts. Ist überall weiß, nicht vergeht. Also, super gut. Genau wie das Buch auch nichts dran. Ähm, ich lese meine Bücher ja generell immer sehr vorsichtig. Also, zwei sehr gute, einmal gelesene Bücher, beide neu gekauft gewesen. Ja, zu den Regeln. Ich glaube, es ist, äh, so wie bei jedem anderen. Ihr müsst natürlich 18 Jahre alt sein und Abonnent meines Kanals. Ähm, falls ihr nicht 18 seid und ein Gewinn bestehen sollte. Also, ich werde euch dann anschreiben. Natürlich vielleicht auch ein kleines Auslosungsvideo drehen. Müsst ihr mir die Unterschrift von einem Eltern zukommen lassen. Äh, so wie der Rechtsweg, der ist, äh, ausgeschlossen. Falls das Buch verloren gehen sollte von der Post, dann gibt es natürlich keine, äh, Wiedererstattung. Und ja, mehr muss man auch gar nicht sagen. Ich möchte nicht, dass ihr mir jetzt irgendeine Frage beantwortet. So, schreibt einfach in die Kommentare, welches Buch ihr wollt. Vielleicht könnt ihr mir ein bisschen Video-Vorschläge in die Kommentare schreiben, was euch so interessieren würde. Denn ich weiß nicht, es gibt ja immer diese 5 Bücher, Dödödö-Reihe und was weiß ich. Aber ich weiß halt nicht, was euch interessiert. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Also, diese beiden Bücher gibt es zu gewinnen. In der Infobox steht nochmal alles. 18 Jahre alt sein, Rechtsweg ist ausgeschlossen. Abonnent meines Kanals auf jeden Fall. Und, ja. Ich werde aber nur nach, äh, Deutschland verschicken. Ähm, das Was, äh, doch ein wenig teuer ist nach, in die Schweiz oder Österreich, falls jemand von euch dorthin gucken sollte. Ähm, ja. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, welches Buch ihr haben wollt. Ihr könnt natürlich auch beide Bücher schreiben. Aber ich werde zu jedem Buch eine Person auslosen. Und, ja, dann würde ich sagen, was das mit dem Video ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu meiner Liste. Also, bis morgen. Tschüssi. All around, the wind blows. But we're only all alone to let go.